Ja, was kann sich? Ich hoffe einmal dichthalten und warm sein, funktionell, starbazierfähig. Ja, mitgearbeitet ist natürlich bei so einem Team. Braucht man gar nicht mehr so viel machen, es sind nur mehr Kleinigkeiten, was man da einbringt und ja, also im Moment schaut es sehr, sehr gut aus. Die Übungsfarbe ist blau.